Hier haben wir von Super B unsere Lithium-Batterien. Das sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien, das heißt sehr sicher. Hier kann weder Brand noch Feuer entstehen. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien von Super B werden zu fast 100 Prozent in Holland hergestellt. Wir haben komplette Sicherheitseinrichtungen drin, das heißt Über- und Unterspannungsschutz ist hier integriert. Auch haben wir eine Temperatursteuerung integriert, das heißt, wenn die Batterie unter minus 10 Grad hat, dann wird der Ladestrom geregelt, bis die Batterie intern erwärmt ist und lädt erst dann wieder mit vollem Strom. Auch wenn die Batterie jetzt zu hohe oder zu schnell entladen werden würde, würde sich die Batterie selbst regeln. Das heißt, in dieser Batterie kann der Kunde eigentlich fast nichts falsch machen. Die Batterien selbst haben auch Zertifikate, wie zum Beispiel das ABS-Zertifikat, das R10-Zertifikat und auch die UN-Norm 38.4. Diese Zertifikate zeigen auch, dass die Batterie transportiert werden darf mit Flugzeug oder auch im Wohnmobil-Wohnwagen oder sogar in ihrem Einsatzwagen. Die Super B-Batterien haben auch ein komplettes Batteriemanagement integriert. Sie sehen das Batteriemanagement hier. Dieses Management regelt, wie vorhin schon erwähnt, die Über- und Unterspannung sowie auch den Über- und Unterstrom. Temperaturbedingt, wie gesagt, wir können bei minus 10 bis plus 60 Grad die volle Leistung daraus holen. Falls es mehr Temperatur wird, haben wir intern einen Lüfter. Der Lüfter ist nicht extern. Das heißt, auch in der Nacht hören Sie da eigentlich keinen Lüfter oder irgendetwas, wie bei anderen Lithium-Batterien, sondern wir haben den Lüfter hier integriert. Das heißt, die Temperatur wird über den Plus-Pol hier abgeleitet. Dadurch kann es sein, dass Ihr Plus-Pol-Kabel wärmer wird als das Minus-Kabel. Ist aber kein Problem. Warum setzen wir Super B ein? Warum nicht andere Lithium-Batterien? Unter anderem, klar, wegen den Zertifikaten, die wir da haben. Das zeigt schon mal, dass die Batterie sehr hoher Qualitätsstandard hat. Auch kriegen wir auf die Super B drei Jahre Garantie vom Hersteller. Und die Batterie, das ist der sehr große Vorteil, ist einfach durch eine Bleibatterie oder gegen eine Bleibatterie zu ersetzen. Sie haben jetzt zum Beispiel eine 100 Ampestunden Bleibatterie drin und können diese eins zu eins mit der 90 Ampestunden Super B Epsilon Batterie ersetzen. Die Masse sind genau dieselben, die Halterungen sind genau dieselben und auch die Polanschlüsse sind genau dieselben. Das Ersetzen der Batterie, das dauert nur wenige Minuten. Wir haben hier auch der Vorteil, dass das Gewicht einiges leichter ist. Das heißt, die 90 Ampestunden Lithium-Batterie ersetzt Ihnen eine 220 bis 250 Ampestunden Bleibatterie, egal ob das jetzt Nass, Schäl oder AGM sei. Wobei die Bleibatterie um die 65 bis 70 Kilogramm schwer ist. Unsere Lithium-Batterie von Super B die Epsilon, die hat 12 Kilogramm und 1200 Wattstunden. Wir können hier einen Dauerstrom von 250 Ampere rausziehen. Das heißt, Sie können auch Klimaanlage, Kaffeemaschine oder einfach jegliche Verbraucher da betreiben. Bei der 160 Ampestunden Lithium-Batterie, die ist dann in dieser Größe hier, können wir einen Dauerstrom von 480 Ampere rausholen und somit könnten wir auch über diese Batterie über einen Wechselrichter auch zum Beispiel schweißen.